Hallo, aua, zusammen, herzlich willkommen zurück zu Pinscribe. Wer sonst? Eins, zwei, drei. Aber ich hab doch gar kein... Okay. Nach Redwash. Nee, ich kann kein Dicket kaufen. Warum mach ich das denn? Ich kann kein Ticket von ihm kaufen. Ich muss auch ohne Ticket gehen. Was soll denn das? Es muss auch ohne gehen. Kann doch nicht angehen. Ich hab keine 300. Gibt's jetzt doch billiger jetzt für mich? Spiel. Na, echt jetzt? Gibt's auch umsonst? Welcome to Pissward Falls. Home of Pissie the Piss Snake. Lifttickets to Redwash. 300 Frozen Drops. Nee. Es muss doch auch ohne. Ich bin nicht nach... Versteh ich nicht. Erklär's mir. Was mach ich denn hier? Ja, der Lift hat jetzt Strom. Ich muss das Ding erst in Gang setzen, damit ich mir... Damit ich mir den Tickets überhaupt fahren kann? Es muss eine Bedeutung haben hier. Warum geht denn das nicht? Ich... Ich kann da nicht einsteigen. Nein. Muss auch ohne gehen. Ich muss da jetzt nicht... Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Was muss ich denn hier machen? Ich bin doch durch. Mal eine Kombination versuchen. Ne, muss eine Kombination aus 1, 2, 3 sein. Das haben wir ja durch. Zweites haben wir 9, 8. Können wir leider auch nichts mit anfangen. Ich glaube nicht. Da wähle ich einfach nur, wie weit ich fahren möchte. Denke ich mir. Wie lautet der Couta? Das ist eine Hymne. Nee. Ich habe nicht wirklich Musik. Andreas, schönen guten Abend. Die sind vorläufig weg. Aber von alleine. Also, die kommen wieder. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Ja, ich weiß. Aber nein. 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 Ich kann doch nicht einfach blind alles ausprobieren. Verdammt verschossen. Verdammt wieder verschossen. Das wird nichts bringen. Das ist ja merkbefreit. Das einfach da so wild rumschießen, bringt ja gar nichts. Was soll das bringen? Würde ich sagen. Nee, 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 nee. Ich habe unsere Lampe noch, ne? Hm. 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 Ist ja aktuell nicht, was das bringen soll. Eben besagten, dass der Code dreistellig ist. Erstmal werden wir jetzt alles auspilzen, was geht. Ich muss doch erst die 300 sammeln. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Nailed it. Nailed it. Hm. 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 Okay, alles klar. Nee. Was muss ich denn drücken? Die 8? Wie? Eine 8? X doch. Genau. Da ist ein Fehler. Ach, es sind 7 Fehler in diesem Bild. Wie geil. Okay, alles klar. Ja, als alter Hörzuleser hier. Da. So. Da ist... Na komm, da war doch was. Der Stern ist nicht da. Da ist doch... Der Stern fehlt doch hier. Der fehlt doch. Da ist ja das da. Gut, der Stern da fehlt auch. Komm. Warte mal den da. Das hat wohl gegolten. Ähm. Dann haben wir hier unten den Stein da. Da ist was. Das DB, da fehlt, wenn du mich fragst, fehlt hier der Punkt. Obwohl, nee, der ist. Eigentlich ist der da, aber naja, okay, wie immer es sei. Der Zaun fehlt. So, das hier. Der Mond ist viel dicker. Eins, zwei, hier in der Mitte. Vom Dach fehlt was. Zwei Stück waren wir noch. Na? Der Hund. Und... Achso, hier im Fenster. Alles klar. Okay. Lass es doch mal ein paar Meter zurückgehen. Achso, hier. Oh, oh, oh. Da müssen wir echt die 300 haben, um dahin zu kommen. Ja, dann ist es aber beabsichtigt, dass ich zurücklaufe, glaube ich. Also es wird schon beabsichtigt sein, dass ich jetzt zurückgehe. Das ist schon mies. Denke ich mir. Warum fliegt denn da so ein Schmotterling hinter mir her? Achso, ob ich bis ganz... Ja, muss ich. Aha. Cool. Dafür kommst du ein Ticket, deshalb auch. Sonst kommt er nicht weiter. Ja, genau. So sieht es so aus. Also werden es vielleicht werden, was wir machen müssen. Achso, das zählt da als 1. Nein, die ist die Ecke da oben, aber dunkler. Achso, die Wolke fällt. Die Wolke fällt an der Parkbank. Ah ja, hier, alles klar. Beliebte, beliebte Stellen. Einen haben wir noch. Der Berg. Erstmal alles kaputt machen. Was ist das ziel? Weißt ja. Das war's. Das war's. Ah ja, okay. Gut, das ist also mehr als nur ein Zurücklaufen. Das ist mehr ein Zurückfallen, auch, wie ihr jetzt gesehen habt. Ähm. Ja. Ja, ich hab unendlich Muniz hier unten. Der feuchte Traum jedes Shooter-Spieler ist. So. So. Was macht dieser herzfarbene Schnotterling da bei mir? Hallo, Vater. Eine Hundedecke für 150? Witzig. Netter Versuch. Danke. Wollte ich da noch was mitnehmen? Nein. Ich hab die Kiste jetzt hier irgendwie in das Zwischenlevel geschoben, ne? Das ist doof. Oder? Bette ich mir das ein. Ich weiß, ich kann mich ja runterweilen lassen. Ich mach das aus einem spezifischen Grund. Ich will nochmal raus aus diesem Level. Wollen wir wieder rein? Ich hoffe nur, dass die Kiste wieder auftaucht. Nein. Naja. Da werde ich wohl was von eingesammelt haben, denke ich mir mal so. Wir gehen nochmal in das Haus rein. Ja, das können wir eigentlich mal eben machen. Das müssen wir speichern. Hier gab's nix mehr, ne? Naja. Strenge genommen ist da vorne noch so ein, ähm. Ja, an dem einen wird's ja wohl hoffentlich nicht scheitern, ne? Ey, er hat mich aber sauer. Ach, komm. Aber ich find's ganz gut, dass man da doch nochmal in, äh, in Gegend kommt, wo man denn vorher noch nicht drin war. Das mach ich eigentlich mit dem Ding an, eigentlich. Ist im Haus noch was? Ne, da war nur noch der, achso, das hat sich überschnitten. Ne. Die Maus war nix mehr. Aber wir haben hier noch Sachen, wo wir noch nicht drin waren. In dieses Haus zum Beispiel, komm mal rein. Da oben war noch einer. Was ist das? Oh, dann ist der auch echt. Es ist wirklich nett, eigentlich. Sing me to sleep, Ada. Oh, I didn't say you could come gallivanting in here. The principle. 50 finde ich ein bisschen wenig. Ich hätte das gedacht, 200 oder sowas. Nun, hey, da müssen wir was übrig gehabt für den Hundepulli. Okay. Okay. In schwarz, lass mich raten. Okay. Okay, machen wir doch. Challenge, challenge, challenge accepted. Ja, ich weiß gar nicht, wie es geht. Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Was muss ich machen? Runde 1? Achso, B, B, B. Was muss ich machen? Abschießen oder was? Was? Äh. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was machen wir? Abschießen wahrscheinlich, ne? Freddy! Freddy! What's all! Ich hab gar kein Fadenkreuz mehr gesehen. Ja, abschießen. Dürfen nur drei durchkommen. Ja, klar. Ich würd ganz gern das Fadenkreuz sehen. Ah, da ist das Fadenkreuz. Ich war irgendwo zu weit oben. Das ist doof. Das ist eigentlich nicht schwierig, wenn du rechtzeitig hingehst. Oh, das wird schwieriger. Warum sag ich auch was? Ja, ich hab ja schon zwei durchgelassen am Anfang. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Ey, 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 ey. So, man, nicht gewettet. Und die wurden resettet. Okay, das ist doch schon mal gut. Oh, ich war ja schon mal dieser Fadenkreuz. So, man, nicht wie es geht. Okay, das war ja schonmal. Ich war ja schon mal gut. Hahaha. Das war ja schon mal gut. Okay, das ist doch noch mal gut. Geht das auch mit Maus? Ich mach das mit Gamepad, ne? Nein, es geht nicht mit Maus, glaub ich. Ich wüsste gerade nicht, wie es mit rausgehen sollte. Ich hab da keinen Fadenfalls gesehen auf der Maus. Kein Körse. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Kein Körse. Das war's. Ja, 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 du bist fantastisch. The skill sets required to defeat my balloon machines are. Tommy, kunde nachschauen, dass du das alles lieber, ne? On, Prince will dent it. Take the price. Father, come on, take it. 226. Danke schön. Wie anstrengend. Jetzt kommen wir aber auch hier rauf. Und hier waren nämlich auch immer ein paar. Wir brauchen noch diesen goldenen Schlüssel, Mensch. Wo soll man denn hinherbekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch so viele... ...Perlen sind's. Äh, also Tropfen. Ah, doch. Dann geht's da also doch weiter. Edgepump. Das wird der Space Invaders, oder was? Ach, doch. Ah, doch. Mmh. Ach, doch. Ach, doch. und was wir nicht tun ne ich ahne es noch nicht es ist ein Katapult aber wie soll das funktionieren könnte es sein dass du den der dir hätte helfen können du es eben getötet hast ne ach ja doch vielleicht stimmt hast aber recht oh Gott ne okay wie soll das gehen okay 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 hä ich hab's noch nicht verstanden das Spiel ich hab's noch nicht verstanden ah doch okay ich hab's noch nicht verstanden ich hab's noch nicht verstanden das ist aber kacke auf so'n Pups zu warten ey Oder? Ja, Renny, ich sie fühl. Der hat viel zu spät gepupst. Trotzdem müssen wir was in Space Invaders. Kann mir nicht helfen. Echt schwierig. Mach schon! Wie soll denn das gehen? Da ganz außen. Hmm. Oh, come on. Guck mal nach außen. Das dauert ein bisschen. Aber wir haben es gleich. Na komm, er hat wieder verfehlt. Jo, 301. Sehr schön. Oh, den holen wir uns noch. Als extra. Aber jetzt habe ich es. So, ähm. So, jetzt haben wir wieder alle drei. Dann gehen wir da mal rein. Wir speichern mal beim Groben. Ich will da oben auch nochmal hin. Vielleicht war da doch noch was. Nee, hier war nichts mehr. Alles klar. So, da haben wir die 311 jetzt sogar. Da oben war noch eine Kiste. Ach nee, das ist so ein Ding, was sich dreht. Da kommen wir aber immer noch nicht ran, ne? Gab's bisher noch nirgendwo, ne? Hab's nicht gesehen. Den goldenen Schüssel. Ich laufe ja ungern in den Spielen so ganze Levels zurück. In diesem Fall hat es mir Spaß gemacht. Äh. Nulli, ey. Danke für das Abo. Herzlichen Dank. Dankeschön. Zumindest zeig ich mir das mal ein Bot an, gerade mein Selbstprogrammierter. Ach doch, Chat auch. Aber irgendwie kriegt die Pee das nicht mit. Es ist komisch. Vielen lieben Dank. Äh, deshalb gab's auch keine Einblendung. Ähm. Weiß nicht genau warum. Ähm. Hat das manchmal. Hey, wie in einer Madel, Nabelimt. Bist du aus dem Lurkenmodus aus? Ähm. Für Elf extra gibt's noch ein Kapo für die Fahrt. Ja, genau. Super. So sieht's aus. Ähm. Ähm. Irgendwo werden wir nochmal einen goldenen Schlüssel finden und dann kämen wir zurück und dann treten wir ja allen in den Hintern. So sieht's aus. Ach ja, du warst ja im Ödland. Genau. Hab ich gar nicht gesagt, ne? Grüße an Lissi, ne? So. Wir müssen hier runter, ne? Und dann da lang. Bah! Ansonsten ist der Jump and Run Tally eigentlich sehr gut umgesetzt und leicht handelbar, finde ich. alles äh im Rahmen eines Well. So. Hallo, Vater. Willkommen zu Lift-Tickets zu Redwash. Danke für dein Verkauf, Vater. Ist du die Sachen, die ich dir gerade gegeben habe? Oh, das ist nett. Oh, wow. Ist der die Tropfen? Du kannst doch nicht das Geld fressen. Ich werde diese Tropfen zu Redwash und versuchst. Und versuchst. Und versuchst. Und versuchst. Oh, oh. Das ist mein Geld! Esparas Geld wäre auch die Lösung für Übergewicht. Ja, Pisswort Station zu Redwash, departing am 7 p.m. All departures are one way, no exceptions. Passenger 1, 2, 3, 3, 3, 1! So sieht's aus, dafür ist es da. Ich verabschiede mich auf dieser Folge mit wahnsinnig 37 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!